Single-Typ Sascha sucht einen Lebenspartner. So schloss er sich, Schwiegertochter gesucht, an und machte dank der Hilfe seiner Mutter seine ersten erfolgreichen Schritte. Er wurde von zwei Frauen sehr bewundert. Bäckereifachverkäuferin Jana und Altenpflegerin Sarah würden sich in Zukunft gerne bei der gelernten Metzgerin sehen. Beim Campingausflug mit Mutter Regina verfolgt jede Frau ihre eigene Strategie. In der letzten Folge singt die verliebte Sarah ein Ständchen für ihren Geliebten, während ihre Rivalin zurückhaltender ist. Umso mehr waren alle mit Saschas Entscheidung zufrieden. Er hat schon früher Komplimente erhalten. Als er sie fragte, was sie von ihrer gemeinsamen Zukunft halte, versicherte Jana ihm leise. Ich kann ihnen sagen, dass ich langsam Schmetterlinge im Bauch bekomme. Auch Sarah war voll des Lobes für den fröhlichen Sauerländer. Du, du gibst mir Sicherheit und zeigst mir, dass es Menschen gibt, die mich verstehen. Dem umschwärmten TV-Single ist klar, beide Frauen haben Angst zu gehen. Doch der Moment der Wahrheit rückt näher. Schweren Herzens wurde Sarah von Sascha nach Hause geschickt, der später unter Tränen sagte, es war so schmerzhaft. Jana hingegen kann ihr Glück kaum fassen. Und auch Mutter Regina ist glücklich. Die 58-Jährige sagte nach der Wahl ihres Sohnes, ich freue mich, dass ihr beide euch bald näher kommt. Tatsächlich kommt es in diesem Moment zum ersten zögerlichen Kuss zwischen den Turteltauben. Während eines gemeinsamen Spaziergangs hielten die beiden Händchen und sahen sich beim Treten des Bootes tief in die Augen. Ich glaube, ich war ein bisschen verliebt, gab Sascha zu. Vielleicht sogar viel. Die nächsten Küsse zwischen Sascha und Sascha.